Die folgenden Spielszenen aus Sorcom 4 hat uns Sony zur Verfügung gestellt. Da wir allerdings nicht der Meinung sind, dass das Dauergeballer dem tatsächlichen Spielerlebnis entspricht, haben wir uns dazu entschlossen, das Material unkommentiert im Bonus-Teil anzubieten. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß bei Sonys Versuch, möglichst viel Action und Geballer in möglichst kurzen Schnitten aneinander zu tackern. Geballer Geballer WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020